Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin etwas zurückgewiesen worden an unserem Golden Pocket, das war ziemlich absehbar. Trotzdem gibt es immer noch Hoffnung, dass wir ein bullisches Breakout sehen könnten. Wieso, weshalb, warum, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf Ethereum und mögliche Trades, die wir eingehen könnten. Und noch einen kleinen Altcoin, den wir gestern im Livestream besprochen haben. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Oder abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, irgendwas zu verpassen oder Sonstiges, dann kommt da gerne rein. Außerdem werde ich da auch immer ab und zu mal ein paar Trade-Setups reinposten, die sonst normalerweise in den Videos untergehen. Gut, und gerne auch den Zweitkanal abonnieren. Hier habe ich heute früh schon das erste Quant-Update hochgeladen. Es folgt dann später noch Phantom um 11 und um 14 Uhr folgt dann noch eine kleine Matic-Chart-Analyse. Und da wird es jetzt jeden Tag, wie gesagt, oder zumindest fast jeden Tag, immer wieder einerseits die Stream-Highlights geben, aber andererseits wird es auch zukünftig hier Aktienanalysen geben. Also gerne dort vorbeischauen. Gut, und dann würde ich sagen, direkt in die Chart-Analyse rein. Momentan traden wir hier bei 23.455 US-Dollar. Wir sind hier gestern eben das zweite Mal an unserem Golden Pocket rejected worden. Kein schönes Ereignis. Wir haben kein Close darüber bekommen. Ganz ehrlich, wir haben einfach nur einen Wig über dieses letzte Hoch, was wir hier drüben bei den eben 23.900 US-Dollar gebildet haben. Einfach ein höheres Hoch drüber gesetzt mit deutlich weniger Liquidität und auch kein Schlusskurs darüber. Das heißt, bearische Price Action hier oben plus das Golden Pocket plus eine Bearish Divergence. Alles nicht wirklich gut. Deshalb ging es jetzt erst einmal nach unten. Und für mich ist weiterhin eher dieser Zielbereich hier unten bei den 23.148 US-Dollar bis circa 22.994. Hier unten liegt unsere Einstunden-Demand-Sunde. Hier unten hat auch ziemlich viel Handelsvolumen stattgefunden. Oder hier hat im Endeffekt auch dieser Pump, den wir hier hoch bis in das Golden Pocket hatten, auch gestartet mit sehr, sehr viel Volumen. Weshalb ich es nicht für unwahrscheinlich halte, hier unten wiederum, dass wir einfach diese Orders wieder abholen, noch ein bisschen konsolidieren und dann einen erneuten Anlauf ins Golden Pocket starten. Und momentan laufen unsere zwei Long-Positionen immer noch. Einerseits die, wo mit Rest 25% offen ist und die andere, die wir hier unten im Golden Pocket gestartet haben, mit 50%. Daran hat sich nichts geändert. Ich werde diese weiterhin offen lassen mit Stop-Loss-Entry natürlich. Einfach um das Ganze ein bisschen abzusichern. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass wir eben heute im Laufe des Tages nochmal hier runterkommen könnten, um dann, sag ich mal, nochmal einen Bound zu sehen. Und dann wird sich das entscheiden. Entweder kriegen wir die dritte Rejection, was überhaupt nicht gut wäre, meines Erachtens nach. Weil dann, ganz ehrlich, können wir das Golden Pocket erst einmal abschreiben, beziehungsweise höhere Kurse. Oder wir brechen hier wirklich nachhaltig durch. Dann sehe ich auf jeden Fall immer noch Potenzial in Richtung 26.600 US-Dollar. Das ist noch nicht abgeschrieben. Trotzdem bin ich immer noch ein bisschen eher, ein bisschen bearischer gestimmt. Ich habe es gestern im Livestream gesagt. Übrigens heute Abend wieder, 19 Uhr Livestream. Dass ich immer noch so ein bisschen von diesen 22k ausgehe. Klar, wir haben auf den kleineren Timeframes, haben wir zwar schon eine schönere Konsolidierung oder so einen leichten Abtrend hier wieder rein. Wenn wir uns jetzt aber nochmal den Daily-Timeframe ganz kurz angucken, gefällt mir das noch nicht wirklich bombenmäßig gut. Also wir haben hier unten schon noch eine Menge Liquidität liegen. Ihr seht es auch hier mit den Candles, die wir hier auf dem Daily-Timeframe haben. Wir schauen uns das Ganze ganz kurz mal auf dem Binance-Chart an. Da ist zwar auch jetzt wieder ein bisschen Kaufvolumen reingekommen, spricht aber auch erst einmal eher dafür, dass wir nochmal zumindest kurzfristig runtergehen. und sollte dann die Zone, die wir gerade gesprochen haben, diese 22.990 US-Dollar brechen, gehe ich ganz, ganz stark davon aus, 21.8 bis 22k sind weiterhin drin und es wäre auch nicht bearish. Wir müssen uns einfach im Klaren sein, hier unten verläuft der Abtrend. Sollte dieser Abtrend getestet werden, erfolgreich, dann können wir immer noch Richtung 26.600 US-Dollar gehen, weil momentan deutet wenig so ein bisschen auf Stärke hin. Diese Bearish Divergence, der Downtrend im RSI ist dann auch noch ein bisschen so dabei. Also wir dürfen noch nicht uns wirklich hier oder richtig in Euphorie verfallen, dass wir hier sofort Richtung 26k gehen. Daran glaube ich auch momentan noch nicht. Dafür ist einfach zu wenig Volumen im Markt, dafür haben wir einfach zu wenig Price Action hier in diesem Bereich beim Golden Pocket. Ich glaube jetzt erstmal, sollte dieser Bereich halten, versuchen wir es noch einmal. Und umso öfters du normalerweise so eine Zone testest, desto schwächer wird sie halt auch, umso mehr Liquidität wird da oben rausgenommen. Das spricht dann wieder ein bisschen mehr für Durchbruch. Aber wir brauchen dann halt auch das Volumen, was sich eben dann auch in diesem Zeitraum, sage ich auch mal, bildet. Aber jetzt erstmal 23.100, naja sagen wir mal 50, ein bisschen aufgerundet. Einfach mal einen Blick behalten, kriegen wir hier unten eine Rejection rein, beziehungsweise einen schönen Support rein. Dann sieht es gut aus, weil wir dann weiterhin zumindest hier so einen kleinen Abtrend bilden mit höheren Tiefs erstmal. Also hier dieser kleine Bereich sieht dann erstmal ganz gut aus. Trotzdem, das im Auge behalten, brechen wir drunter. Aber ganz ehrlich, bin ich eher weiterhin auf der Seite von 22k. Ansonsten wird es ganz, ganz stark auf das Golden Pocket eben hier oben ankommen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier wenig Veränderung. Wir haben zwar uns nochmal ein höheres hochgeholt. Auch wieder, man sieht hier einfach komplett konträr im Gegensatz zu Bitcoin, was hier momentan läuft bei Ethereum. Das macht es einfach unberechenbar. Die Short Order bleibt trotzdem hier oben in diesem Bereich, zwischen, ich sage jetzt mal 1690 irgendwo in diesem Bereich. Wir haben hier oben noch diese Ineffizienz, das sieht man hier drüben ganz gut. Das heißt, wir haben auch ein Void. Wir haben hier noch ein bisschen ungefüllte Orders, die hier oben noch liegen. Das spricht eher dafür, dass wir uns diesen Bereich nochmal holen. Wir haben auch hier eine schöne Short Candle reinbekommen, die deutlich mehr Volumen hatte als die davorigen. Spricht einfach weiterhin dafür, ich gehe davon aus, dass wir hier oben einfach nochmal in diese Box reinkommen. Und hier oben werde ich mir dann ganz genau überlegen, ob wir hier oben in den Short reingehen oder eben nicht reingehen. Das muss man dann auch, wie gesagt, ein bisschen gucken, wie ist in der Stunde dann eben die Price Action. Tut sich hier sehr, sehr viel vom Volumen. Dann ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, kriegen wir einfach wieder so einen normalen Anstieg. Und auch was das Volumen hier anbelangt. Ganz ehrlich, wenn wir solche Volumen Candles hier oben kriegen, bin ich absolut zufrieden. Und dann würde ich hier den Short mit Risiko hier über diesen 1715, wo wir gestern schon mal drüber gesprochen haben, auf jeden Fall eingehen. Momentan, wie gesagt, bringt es einfach nichts, hier eine Limit Order reinzumachen. Wir können genauso einfach komplett durchbrechen, sollte Bitcoin eben das Golden Pocket rausnehmen. Deswegen gilt es momentan ein bisschen auf beide Seiten zu achten. Nicht ein bisschen zu übereifrig hier direkt Ethereum shorten. Klar, man hätte hier genug Möglichkeiten gehabt. Aber immer dann wieder auch diese schnellen Spikes nach oben gefällt mir einfach momentan überhaupt nicht. Ich warte hier oben einfach auf die Reaktion. Sollte die dann folgen, dann werde ich mir auf jeden Fall den Short überlegen. Das Golden Pocket können wir mal rausmachen. Hat für mich jetzt keine Relevanz mehr, einfach weil es viel, viel zu oft durchbrochen ist. Wir sind in einem kleineren Abtrend. Das sehen wir auch hier ganz schön, wenn wir unsere, huch, so, jetzt aber, wenn wir die Tiefs hier ein bisschen mal verbinden. Heißt aber auch hier, wir haben hier noch ein bisschen Support bis 1613 US-Dollar, den wir uns noch mal fischen könnten. Das ist das gleiche Spiel wie bei Bitcoin. Voids hier, beziehungsweise schnelle Pumps, die einfach noch mal gefüllt werden könnten. Und dann, sag ich mal, bleibt unser Spiel hier oben mit dem Short weiterhin bestehen. Und da, wie gesagt, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten in der Telegram-Gruppe. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, Link unten in der Videobeschreibung. Gut, und dann komme ich noch ganz kurz zu Matic, weil wir das gestern im Livestream angesprochen haben. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Ist sehr, sehr geil ins Golden Pocket, hier unten reingegangen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Momentan, so wie wir es gestern besprochen haben, wir haben aber gesagt, okay, hier in dieser Box 1,21,50. Perfekter Long abgeholt. Erster Take-Profit geholt, jetzt wieder im Golden Pocket. Also momentan gefällt mir Matic sehr, sehr gut. Glückwunsch, wer gestern im Livestream dabei war und das mitgenommen hat. Freut mich auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, heute Abend um 19 Uhr, wenn ihr Bock habt, auch solche Trades mitzunehmen, kommt gerne dazu in den Livestream. Und ja, dann würde ich sagen, ganz kurz noch rüber zu den News-Switchen. Visa und Mastercard bremsen Krypto-Playnet 2023. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob ich jede Woche andere News lese. Vor einer Woche gefühlt, Visa und Mastercard treiben Krypto weiter voran. Heute genau das Gegenteil. Also ich weiß auch nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn euch der Artikel interessiert, schaut bei Krypto-Guru vorbei. Wie immer wisst ihr ja Bescheid. Dort schreibe ich auch meine Analysen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, dann würde ich sagen, später noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Heute Abend Livestream, wie immer. Ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen. Schönen Tag wünsche ich euch. Like da lassen, Abo da lassen. Natürlich auch den Zweitkanal abonnieren. Und ja, dann hören wir uns heute Abend wieder, beziehungsweise heute Nachmittag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay cool.